Yo, Olli hat noch einmal Glück im Unglück. Er bekommt eine zweite Chance und die will er laut seinen Angaben diesmal auch nutzen. Doch ab und zu scheint es ihm tatsächlich schwer zu fallen. Kurzzeitig saß er hinter Gittern, weil er mit Minderjährigen was am Laufen hatte. Nun ist er wieder auf freiem Fuß und möchte nur noch 18-Jährige treffen. Doch wieder erzählt er von einer 16-Jährigen. Das darf er natürlich nicht. Sollte er sich nicht daran halten, dann war's das wieder für den YouTuber. Hier seine Videonachricht. Glaubt ihr, dass er nochmal hinter Gitter kommt? Oder ist da alles im grünen Bereich? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!